Hey Leute, wir schauen uns heute Dragonborn an. Das ist ein brandneues Abenteuer-Rollenspiel für den Nintendo Gameboy. Ja, ihr habt richtig gehört, für den Nintendo Gameboy. Das Coole daran ist, das Spiel kann man sich auch als Modul kaufen. Ich wurde vom Entwickler gefragt, ob ich eine ROM haben will und ja, natürlich, sofort, auf jeden Fall. Gut, und ich werde den Link dazu zum Hersteller, zum Entwickler in die Beschreibung packen direkt am Anfang. Auf Steam gibt es das bis jetzt noch nicht, aber wenn es das bis jetzt noch nicht gibt, wird es das wahrscheinlich da auch nicht geben. Und das richtig Coole daran ist wirklich, man kann sich das Spiel auch als Modul kaufen. Wenn ihr nur die ROM haben wollt, die kostet glaube ich 12 Pfund, das müssten so um die 14 Euro sein. Dann gibt es noch ein Komplettpaket für irgendwie, ich glaube 52 Pfund, das müsste dann 60, 70 Euro sein. Ich weiß gar nicht, was da genau drin ist. Also ihr könnt euch das genau aussuchen, ob ihr nur die ROM haben wollt, ob ihr nur das Modul haben wollt, wenn ihr noch ein Gameboy habt. Wir schauen mal rein. Ich habe es noch gar nicht gespielt, ich habe nur mal kurz ein bisschen rumgetestet, was hier die Auflösung auch drauf geht und die Größe. Und ich glaube, das hier ist nur am besten. Dann haben wir halt hier so ein bisschen schwarz drumherum, aber dann ist die Schrift auch nicht so verzehrt. Gut, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Das Spiel soll so laut Entwickler 6, 7 Stunden lang gehen. Und ich hoffe, ja genau, das funktioniert jetzt auch. Wunderbar, dann starten wir doch mal ein neues Spiel. Und gucken mal, was das so hat. Ich lasse das jetzt hier auch am Anfang erstmal laufen. Normalerweise skippe ich ja sowas immer. Aber dann schauen wir uns auch mal ein bisschen so die Grafik an. Warum denn nicht? Das ist mal Nostalgie. Bedingungen und Fertig. Musik 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 Man das sieht doch echt ganz nett aus vom intro da wurde wer von einem drachen entführt da reitet wer hinterher wahrscheinlich die person was eine frau was man ich weiß es nicht junge mädchen keine ahnung zu retten da hat wer gegen drachen gekämpft tolle blutanimation ja aber ich finde es super das ist so gut wo kann er nur sein er macht das sonst nie so ich muss mit chris reden chris wach auf mein lieber chris chris wach auf gott sei dank du bist wach chris dein vater wird vermisst er kam nicht nach hause letzte nacht er macht das sonst nie so ich weiß dass irgendwas nicht stimmt willst du losgehen um ihn zu finden bitte oh danke ich danke dir aber pass auf dich auf diese zeit des jahres kann ziemlich gefährlich sein während die drachen aufwachen während des erwachens der drachen wie auch immer wie auch immer ich gehe nach oben sammle pack deine sachen zusammen und komm dann zu dir und sag dir goodbye wenn du ready bist bereit bist ich spiele das hier übrigens mit dem xbox control entschuldigung mein gott was denn da los was ich sagen wollte ich spiele das hier mit dem xbox controller ich habe das konfiguriert ich hatte da auch gleich eine emulator empfehlung mit bei wenn ihr euch das holt ich weiß nicht ich denke mal das steht irgendwo auf der webseite was da für ein emulator für empfohlen wird und ja falls nicht ihr könnt ja wenn ihr euch das holt und fragt euch was sollt ihr dafür nehmen könnt ihr einen kommentar schreiben dann gucke ich mal was ich hier genau hab wir haben einen großen heiltrank gefunden ok so ansonsten was ist das denn da können wir speichern gut fortschritt wurde gespeichert das nenne ich mal fortschritt hier wir sind aus dem bett aufgelöst auf aufgestanden und dann zu unserer bist du unsere mutter ich glaube du bist unsere mutter ja Ja du bist unsere mutter Hast du dir den speer von unten mitgenommen Ja wenn du speichern musst willst dann kann man an den kristallen speichern Du kannst nicht mehr als 20 jedes tranks mitnehmen 20 ist aber schon eine menge oder Ach ist das hier der speer Ja Das ist doch schon mal super dann haben wir jetzt ein speer ich gehe mal kurz ins menü rein wenn ich start drücke dann haben wir ja so ein bisschen die lebenspunkte Angriff und was ist das da drunter drunter energie wahrscheinlich mit select kann ich mir hier die potions anschauen Hier sind auch schon direkt alle aufgelistet die es im spiel gibt Und wie viel wir davon haben gut gehen wir mal zurück Inventar gibt es auch haben ein paar inventar slots Ähm ich weiß jetzt nur nicht Ähm ich weiß jetzt nur nicht Ja gut Das wird nicht extra auf Aufgelistet was man direkt dann Ja was man halt so kennt wenn man so eine figur hat und die sachen darum Das ist hier halt nicht Okay das ist äh Status kennen wir auch unten haben wir unsere münzen Wir haben unseren speer dann ziehen wir doch mal los Hast du noch was zu erzählen Ja wir haben unseren speer mitgenommen Gut Jaja wir wissen es wir wissen es Und hier war halt Das ist leider leer Nicht alle Das sieht auf jeden Fall echt nett aus Gehen wir mal hier hoch Da hätten wir schon eine Höhle aber ich will mich glaube ich erst noch mal hier so ein bisschen umschauen Wer bist du denn? Guten Tag Yuga Sir Die Dinge werden Äh Bisschen komisch hier Das ist diese Jahreszeit Wenn all die Monster Ruhelos werden Scheinbar ruhelos werden Pass auf dich auf Gut dann können wir da wieder runter Ich würde aber mal sagen Wir schauen jetzt erstmal kurz hier in die Hütte rein Wenn wir denn da reinkommen Tatsache wer bist denn du? Hallo Chris Geht's dir gut? Cecil Wandert Umher Und redet über Wires Zeug über die Monster Ja super Danke für diese Information Was haben wir hier? Der Keeling Potion Das ist doch schon mal super Ansonsten können wir hier in die Schränke reinschauen Anscheinend nicht Ich würde dann mal sagen Wir gucken mal in die Höhle Und ich würde auch gerne mal schauen Aber wir sollen erst in der Stadt aushalten Ja super Ich würde gerne mal gucken Wie denn das Kämpfen hier funktioniert Was ist denn mit dir? Hi Chris Gehst bitte Bitte Besser schnell In die Stadt Da gibt's Probleme Die Drachenzahn Gang Hat einen Aufstand angezettelt Gut Und da mag wohl irgendwo Eine Drachenschuppe Drang Scale Ist das eine Drachenschuppe Irgendwo im Untergrund sein In einer Höhle Hinter dem Felsen da Aha Lass mich raten Wir können Ja wir können Haha Gut Was haben wir denn hier? X markiert die Stelle Gut Wir konnten den Stein wegschieben Dann können wir jetzt auch Die Steine wegschieben Dann würde ich doch mal sagen Wir machen das einfach so Das sollte auch ziemlich Selbsterklärend sein Das ist jetzt nicht so rätselhaft Vom Rätsel her Gut Dann schieben wir das mal Da hin Dann da hoch Genau Dann können wir Wir haben eine Drang Scale gefunden Da unten ist noch eine Kiste Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt Nicht wie wir da so drankommen Gut Wir könnten natürlich Ich glaube nicht Dass man hier einen Stein verschieben kann Doch Den kann man verschieben Tatsache Geht doch Was haben wir denn hier? Wahrscheinlich einen Haltrank oder sowas Ne Münzen diesmal Okay Nehme ich auch Was soll's Haltrank oder Münzen Mit Münzen kann man sich auch Einen Haltrank kaufen Ist halt die Frage Wie teuer die dann sind Aber Gut Was haben wir hier? Fluss Horak Können wir auch hier noch gucken Können wir da rüber? Das sieht doch so aus Als ob man da irgendwann rüber kann Da ist eine Brücke Die Frage ist nur Wo geht's denn jetzt hier bitte zur Stadt? Mit ihr will ich jetzt erstmal nicht reden Sondern ich würde gerne mal Gehen wir erstmal hier runter Das sieht doch schon mal ganz Interessant aus Wer bist denn du? Chris Dein Vater wird vermisst Ich sah ihn in der Stadt Ich sah ihn gestern in der Stadt Gestern Morgen in der Stadt Aber er scheint verschwunden zu sein Seit Seit dann Seit Gestern Ja ja Dragon Tooth Gang Hat Trouble verursacht Vielleicht geht er durch die Drachenhöhlen Wir sollen Skyrock überprüfen Wir brauchen fünf Dragon Scales Damit wir da reinkommen Ach so Quasi als Schlüssel Gut Da ist dann die weiße Hexe In dem anderen Haus Und ansonsten Was haben wir hier noch so? Noch eine Healing Potion Wir werden wahrscheinlich Mehr davon brauchen Noch eine Healing Potion Und was haben wir hier? Noch eine Healing Potion Alles klar Gut Dann hätten wir das auch erstmal Dann haben wir ein paar Healing Potions Ein paar Münzen Und hier sind wir jetzt Dorgan Statt Dorgan Oh Chris Bitte hilf uns Die Dragon Tooth Gang Versuchen In unsere Häuser einzubrechen Bitte halt sie auf Gut Dann kommen wir bestimmt gleich schon mal zum Kämpfen Was ist denn das hier? Das ist ein Kampf Dragon Tooth Tooth Und wir sind natürlich Chris Sieht generell So von der Optik Sieht das echt hübsch aus Special Attack Hammer Wir haben Magic Wir können bis jetzt noch keine Magie benutzen Wir könnten dann hier Eine Potion trinken Aber da steht nicht bei Wie viel die halt oder? Special Attack Haben wir auch noch nicht Ach das ist dann an eine Waffe gebunden Scheinbar Wir können aber normal angreifen Der Gegner Benutzt Devious Intent Wir greifen mal weiter an Der setzt uns aber ganz schön zu Aber das sollte auf jeden Fall passen Genau Wir haben gewonnen Der Gegner hat vier Münzen fallen gelassen Dann würde ich aber sagen Wir pfeifen uns jetzt hier erstmal eine Potion ein Und zwar eine Healing Potion Ja Benutzen wir die mal Okay Gut Zurück Das hat ja jetzt nicht so viel Gehalt Oder? Das war ja jetzt schon ein bisschen Mager Da haben wir Ein Haus Da steht Game drauf Da unten ist ein Gegner Finde ich auf jeden Fall super Dass man die Gegner hier sieht Und lasst mich raten Die sind hier alle bisher verschlossen Ja gut Dann müssen wir jetzt auch da unten Gegen den kämpfen Hier ist ein Shop Der könnte vielleicht Der ist sogar offen Okay Gut Was ist mit euch? Hast du gehört Dass Curtis verschwunden ist? Ja wie merkwürdig Ich frage mich Wo er sein kann Gut Ansonsten An den Fässern kann ich nichts machen Da können wir auch nichts machen Wir gucken mal Was wir hier kaufen könnten Hallo da Wie kann ich dir heute helfen? Oder ihnen heute helfen? Gucken wir mal Was gibt es denn hier? Wieso? Ja Aber warum kann ich Das steht halt nicht bei Was was ist Oder? Ach so Ich kann Ah gut Healing Potion kostet Healing Potion kostet Zwei Goldstücke Große Großer Heil Trank kostet Ja Wir haben erstmal genug Würde ich sagen Dann gibt es noch die anderen Sachen Das ist super Heal Spell Für acht Nein Ein Stärke Trank Stärke Trank Ich glaube lassen wir auch erstmal Wir geben erstmal nichts aus Sondern ich werde jetzt definitiv erst nochmal hier den So einen anderen Heil Trank nehmen Gut wir haben ja noch genug Das halt dann sogar zwölf Lebenspunkte Wir haben auch acht Münzen Wir sind wieder voll Und dann würde ich jetzt gerne nochmal gegen dich hier kämpfen Dann müssen wir danach aber direkt wieder Einen Heil Trank nehmen Weil die machen gar nicht immer so wenig Schaden Gut gewonnen Vier Münzen gibt es Davon könnten wir uns immer einen großen Heil Trank kaufen Wir nehmen jetzt mal Gut Zwölf HP Heilung Und wir sind soweit wieder Fast voll Ja das könnte ein bisschen zu wenig sein Wir laufen jetzt aber einfach hier nochmal ein bisschen weiter Würde ich sagen Ja da ist schon wieder so ein Gegner Aber gut man kann sich auf jeden Fall hier erstmal umschauen Was gibt es denn auf der Seite Das gehört ja auch alles noch mit zur Stadt Das hier ist der Schmied Da kommen wir noch nicht rein Da kommen wir gar nicht rein oder Der steht wahrscheinlich vor seiner Hütte dann Da haben wir noch ein Haus Ist verschlossen Da müssen wir jetzt echt noch hier gegen die Gegner kämpfen Was da kommen wir hier überhaupt nicht rein Das ist ja auch verschlossen Gut dann kann ich mir das jetzt auch schenken Ach verdammt Ich müsste jetzt eigentlich Wir machen das jetzt aber mal kurz anders Ich werde jetzt mal so angreifen Wenn wir aber so weitermachen Dann erledigt der uns gleich Gut ich werde jetzt schon mal hier einen Trank einwerfen So dann können wir doch jetzt mal Ich müsste gleich aber eh dann Haltränke kaufen Es gibt nochmal ein paar Münzen Aber wir können uns eigentlich immer von diesen vier Münzen dann großen Haltränk kaufen Wir haben jetzt schon 16 Ich werde jetzt gleich hier schon mal den letzten nehmen Gut dann machen wir das doch 12 HP Gucken wir hier unten nochmal Gibt es denn hier unten vielleicht nochmal irgendwas Ne da ist schon Ende Hier wäre noch was Eine Ente Ein paar Bänke So ein Grasfeld wahrscheinlich Oder eher so ein Blumenfeld Keine Ahnung Da könnten wir kämpfen Aber nun gut Das soll es aber eigentlich auch schon sein Wir haben mal kurz reingeschaut Haben uns ja generell wie das so ein bisschen läuft Was die Leute so erzählen Was es da für Tränke gibt Wir haben jetzt noch nicht gesehen Was es da so an Magie gibt Aber gut Das wird wahrscheinlich auch nichts Außergewöhnliches sein Dann gibt es noch Spezialangriffe Die irgendwie an Waffen gebunden sind Und Münzen gibt es Man kann sich Heiltränke kaufen Man kann sich Stärketränke kaufen Ja das kennt man ja Aber generell finde ich Ich finde es Wirklich sehr hübsch Es ist Gameboy Aber es ist wirklich sehr hübsch Nur sollte man das dann wirklich nicht im Gestretchen Vollbildmodus spielen Weil dann ist die Schrift eigentlich nicht mehr leserlich Ich glaube das ist so wirklich das beste Die beste Option Oder man spielt wirklich im Fenstermodus in der Größe Das ist auch das Im Emulator so das größte Fenster Was man so auswählen kann Und das sieht auch noch ganz gut aus Das passt auch von der Größe eigentlich würde ich mal sagen Ja Das sollte nur mal ein ganz kurzer Eindruck sein vom Spiel Macht auf jeden Fall Bock auf mehr Würde ich sagen Und vielleicht interessiert euch das ja Wie gesagt Ich packe dann den Link zum Entwickler unten in die Beschreibung Ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video Und mit mir Und wenn euch das gefällt Und wenn ihr mehr davon sehen wollt Würde ich mich natürlich sehr Über ein Abo freuen Das war es erstmal wieder von mir Und bis bald